ja hallo meine lieben willkommen zu einem weiteren neuen projekt hier auf meinem kanal und ja ihr seht schon ein zombie ja und wollen wir mal starten ok wow das ging ja jetzt aber schnell ja nächstes level ja 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 Wow. Also. Huh. Ja, das ist die Geschichte von Eid Zombie. Richtig, du musst Eid Zombie die ganze Weltherrschaft übernehmen. Ähm. Was ist das? Komm Nacken. Komm, 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 komm. Ja, das geht eigentlich recht fix. Okay. Ah. Verdammt. Vor allem, das ist schief mit Tod ist erster Anfang. Ah, ich bin müde tot. Verdammt. Ich bin müde tot. Ja. 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 Ähm, ja das Spiel leckt ein bisschen. Ah, verdammt. Ich muss gucken... Ja, verdammt. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Ja. Ja, verdammt. 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 Moment mal, ich muss jetzt hier kurz mal was nachgucken. Das Spiel ist echt knackig, wisst ihr das? Komm noch einmal. Los komm, knacken. Ja, endlich, ja, endlich aber, äh, ja. Ach du Scheiße. Okay, ganz ehrlich, ja, das war mal, äh, ja, mal was ganz anderes. Ähm, ja. Ich werde mal demnächst mal noch ein anderes Projekt starten. Ja, ich weiß, keine Rückmeldung. Mensch, verpiss dich jetzt. Danke. Ja, wie gesagt, bald noch ein anderes Projekt starten. Ich werde dazu auch noch einen zweiten Teil machen, ähm, ja. Folgt mir auch mal auf Instagram, da heiße ich genauso, Hermann Springer. Und, äh, ja, da ist gerade eine Gewinnspielaktion, äh, Hashtag Monsterbox will ich haben und dann könnt ihr euch darüber, äh, könnt ihr euch ja allen linken, wenn ihr Instagram habt. Und, wenn ihr mir das unter den, okay, das Video, was ich heute hochgeladen habe oder die Videos bitte nicht runterschreiben, aber unter dem letzten oder unter dem morgigen Videos könnt ihr ruhig mal den Hashtag Monsterbox will ich haben, dann runter, äh, runtergeben. Und dann, mach dann, nehmt einen kleinen Gewinnspielteil. Okay? Ich wünsche euch hiermit noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns. Ciao.